Die Brucht ist ja jetzt gar nicht mehr da. Was ist jetzt jetzt zu schwul? Ja. Schwierig jetzt gerade? Ah, hab ich jetzt gar nicht darauf geschauten, wie ich den jetzt geändert hab. Ne. Ok, alle Kerzen müssen wir anzünden, befluchte Kinderspielzeug finden, identifizieren sie den Geist beim ersten Mal und über Rundfunk mit einem sprechen. Das hab ich noch nie hergebracht. Aber vielleicht muss man Spanisch mit einem reden. Vielleicht. Suchst du Arbeit, zieh, trabajo. Gracias. Probier's mal. Wie kommt das? Vartikelzähler 500 bis 1000. Ja. Das ist ein alter Geist, dann können wir auch sprinten. Temperatur 50 Grad plus 45 bis 50. Oh, der ist jetzt schnell gegangen, wenigstens. Ich überzeige auf das Zusatzgeld verlauen wir uns jetzt nicht einmal so. Ich überzeige mir schon, dass wir ziemlich schnell durchkommen, dass man jetzt viel zieht mit einer Kerze anzünden, weil das Buch viel zieht. Und das Kinderspielzeug kann man ja mitnehmen, wenn man es halt gerade irgendwo findet. Totalisch, jetzt fahr ich keinen Taschenlampen mitnehmen. Geschweige denn am Block oder wo der Buch will. Achso, der König hat ja auch dran. Naja, jetzt hat die dran. Hallo. Oh, bonjour. Ups, er, er kommt schon. Ja. Er war da schon irgendwann in der Nähe. Oh, are you? So, wo seid ihr da? Markus, wo ist das Spielzeug in der Schule? Im Konferenzzimmer, natürlich. Vom Büro. Oh, are you? In irgendeiner Schokolade am Viera. Da wo es Marihuana drin ist. Ja, und jetzt bin ich schon zu Binnen und zu Zügen. Uah. Pause. Uah, jetzt hat es wirklich schlecht. Pause. Uuh, ab auf den Raucherhof. Da liegt einmal. Hä? Ich habe jetzt gerade Geld aufgenommen. Ja, ich habe die auch in der anderen Map. Das war kein Scherz. Achso. Ich habe gemeint, du hast gesagt, das ist so ein Spielzeug. Monopoly, Spielgeld. So auf gut Deutsch. Nein, ich habe halt so Geld, das ist auf einem Tisch gelegen. Ist wahrscheinlich fair. Aber, das ist jetzt die Frage. Wir müssen jetzt am Schluss schauen, wenn wir alle überleben, ob wir jetzt gleich viel kriegen oder ob noch ich das kriege. Weil das wäre schon geil, wenn sie das unter allen noch auftauchen. Ich glaube, das ist nicht so viel. Das wird vielleicht so ein extra 50er sein, wenn du ihn findest. Das ist nicht der Vivi, den ich kenne. Ja, den kenn ich auch nicht. Ist schon geil, wenn das nur ich kriege, halt. Ja, genau. Oder ist schon cool, wenn ich mir damit zwei Klosteine kaufen kann. Bis jetzt hat er noch nicht mit mir geredet. Der Homeboy. Da rein. Ja, hallo. Oh, ihr habt den Spiegel gefunden. Sehr liebevoll. Ich krieg dir die Klassenräume. Zeig. Ich lege den Spiegel da mal zur Treppe her, ja. Mal zum Eingang. Ah, da. Die war schon wieder gedreht. Hallo. Was könnte man aber auch für Frage, Frage. Wie heißt deine Map? Tch. Mach mal. Oh. Nein, versteht mich. Ich hör dich. Aber ich glaub, du bist ein Stock über mich, oder? Ich hab mich grad an dir vorbeizogen. Oh, Servus. Na, da bin ich. Na, da bin ich. Warum hast du das gemacht? Das ist mein Freund Markus in Ruhe. Oh. Ja. 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 Ja wahrscheinlich nein. How are you? Oh, da liegt der Spiegel, Max, in den Spiegel hineinschauen. Du bist doch ein Fan. Oh. Er hat die Voodoo-Puppe angehoben. Ja. Mit seiner Fackel da. Voodoo-Puppe angehoben. Naja. Es wird 6000 ausgeht, oder 5000? 6000. Die Infrarot-Dinger anst... Die... Irgendwie nicht sie. Der Fußabdrück hat eigentlich... Oh, keine Hinterloher. Nein, nein, nix erledigt. Die haben wir es abgehackt, ichs. Es müsste fast der Dämon sein. Er ist ruhig. Müssten wir nur noch... Buchen wir. Ah, das Brett wär gut. Ah, was haben wir in der Zwischenzeit rausgefunden? Voodoo-Puppe. Voodoo-Puppe. Mhm. Also es wird ziemlich sicher der Dämon sehen. Ah, das Kinderspiegel hab ich nicht gefunden. Ah, was ein Brett macht wär noch... Interessant, aber es tut leider nicht. Was haben wir noch gefunden? Fußspuren? Keine? Ja, keine Fußspuren, oder? Ich hab jetzt noch nie welche gesehen. Und die... Die Drohne für 6000 hat ja... Das Ding hast du gesehen. Ja, das UV-Lieb. UV-Lieb. Ich muss es halt eingeschaltet haben. Ah, wie schaltet das ich? Nein, nein, ist immer eingeschaltet. Wow. Ich hab alle Kerzen. Nein, das war ich grad. Ich hab das Spielzeug ins Auto getan. Kerzen fällt mir. Ah. Ja, das ist kein Zufall. Ja. Ok, der EMF muss in dem Fall eh nicht mehr weitersuchen, weil... Endert eh nix. So, let's da das Brettl bewegen, ja. Oder in der Block was tun, oder? Kannst du mit uns sprechen? Ah, der Block ändert auch nix. Wie fühlst du heute? Ich glaub, er mag mich nicht. Was? Hm. 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 Das Level ist zu groß. Ah ja, pappelapapp. Hm. Er sollte noch mal das dämliche Prät verwenden. Ja, aber... Das tut aber nicht. Er ist halt ruhig, er ist halt not... Er ist not am Use. Was mich interessieren würde, fängt sich das Präter auch an zu bewegen, weißt du, wenn ich es in der Hand habe? Ja, ich glaube schon, es bewegt sich mal weiter, wenn du es in der Hand hast. Auch schon? Oh, ich glaube, er hat gerade den Notizblock gekritzelt, oder habe ich mich verhört. Ich lauf gerade mit dem Präter einmal durch die Schulter. Oso, ja, ich lauf gerade mit dem... mit dem Rumpfunkempfänger umeinander. Hello? Hello? Why are you dead? Er hat leider keine Info für mich. Ich habe eine Kerze gefunden, ich kann sie leider nicht anziehen, weil ich kein Feuerzeug habe. Wo bist du denn? Im oberen Stock ist so ein Klassenraum. Ah, echt? Ja. Ah, tut. Ich bin im oberen Stock und ich... Also, warte, dann komme ich wieder offen. Oh, da kommt zu mir. Oh, er weint! Hallo? How are you? Er macht Wahlgesänge. Why are you crying? Are you sad? Jetzt aber auch mal alle Kerzen. Au! Er hat einen Hit gekriegt. Er wechseln, er wechseln, er wechseln. Er wechseln, er wechseln, er wechseln. Why are you angry? Ja, und weinen hat er vom Rumpfunkempfänger gemacht. Oh, das gibt... Oh, das gibt... Was ist... Weinen und Knurren? Ja, weinen. Oh, das haben wir schon gewusst. Ja, haben wir schon gew... Irgendwas... Ich lese das jetzt in der Spielanleitung schnell, wie ich das... In der Spielanleitung... Wie ich das verwende mit dem... Wie heißt's? Wie ich das mit dem Rundfunk mache, ja. Wenn es da steht. Ah, das Brett bewegt sich. Langsam verlinkt es nach rechts. Okay, ich bin Senior. Ich glaube, es steht nicht in der Bühne, oder? Schaut irgendwie... Nicht so aus. Was hast du ausgewählt? Senior, oder? Senior... Dämon, ruhig. Okay. Hm, aber was... Ich würde jetzt trotzdem gerne wissen, wie ich mit dem reden kann. Oha, bei albtraumhafter Schwierigkeit kann der Geist die außerhalb vom Haus angriffen. Okay. Und viele Gegenstände haben noch eine Ladung. Und viele Gegenstände haben noch eine Ladung. Und der Plasma-Absorber. Und der Plasma-Absorber. Äh... Ist das was... Welches ist denn der Plasma-Absorber? Die blaue Spirale. Ah... Ah... Ach, da... Hast du der Mikl ist? Nein. Ich gehe mal an die Türen zu. Nein, man da... Der Magus... Ah, den Status-Sacke. Drei Kerzen müssen wir absenden. Alle Türen im Haus schliessen. Silberne Bombe. Der Typ ist leider sehr ruhig. Heiliges Salz. Meine Sanity ist noch komplett voll. Das hat der Geist echt da die ganze... Uh... Ich höre ihn. Ja, ich hab ihn. Ah, da ist er. Da ist er. Hallo, ich hab einen... Haha... Plasma-Absorber. Meine Sanity ist gleich der Ritte, glaube ich auch nicht. Ein Kerzenhauer. Oh ja, alle Türen schliessen. Oh ja, alle Türen schliessen. Ah... Vor allem, weil ich vorher alle auf da hab. Jetzt ja auch noch weiter. Ich verärgern vielleicht der Cliff, als er nämlich kommt. Ui! Ja, ja. Mir hat er auch gerade... Was will denn aus dem Haus raus? Ja, dann bist du mal safe. Ich soll mich halt auch greifen. Ah, da ist er. Haha! Ehh! Ups, das wollte ich nicht. Wir können noch eine Kerze. Ah, jetzt. Perfekt. Ich... habe mir vorsehen die silberne Bombe angeworfen. Ich muss sie nicht mehr kaufen. Ich werde sie lösen. Ich werde sie lösen. Ja, die silberne Bombe muss ich noch mal kaufen. Gebockt. Wo ist er denn? Bei mir. Wo bist du? Bei mir. Wo bist du? Oh, keine Bibliothek. Fink, dann sieht man wenigstens gut. Der hat so einen leuchtenden Kopf. Hallöle. Er muss da irgendwo in der Nähe sehen. Ah. Das ist schon wieder so preisend, hm? Au! Au! Aber wo ist er? Ich hoffe, das Zauberbuch hilft mir wirklich. Ich glaube, er geht auf den Markus. Ah! Er wollte. Ich habe es getroffen. Nein! Ich habe ihm gleich beides anwerfen, weil er das gerade nicht hat. I tried. So, wir wissen ja gar nicht, ob wir alle Kerzen schon haben können. Ja, doch. Hau mal. Wir sind schon. Wir sind schon unten. Hä, was? Alle Kerzen löschen. Hä? Wir sind bei silberne... Ja, und danach kommt ein alle Kerzenlöschen. Ach so. Aha. Ja, das heilige Salz fällt uns noch. Genau. Aber wir wissen... Also nicht, dass ich es gerade den Nerven geworfen habe, also. Wir wissen aber noch nicht, ob wir schon alle Kerzen aushauen, weil wir das mit dem Salz nicht gemacht haben. Ich bin bei der Hälfte. Ah, da ist er. Bleibst du da? Nein! Ah, da ist er. Da ist er. Na, komm, 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 komm. Er rennt von mir weg. Ja, ich renne mir noch. Ja, ich bin hinter dir. Er ist so schnell. Ich sehe, wo er eine rennt. Oh. Oh nein. Wo? In der Ecke. Oh, in der Ecke. Komm. Ich sehe ihn nicht. Wo ist der hier? Haben. Jawohl. Huch, das hat mich Sanity kostet. Er hat da mal ein Schwert in der Hand geholt. Es brennen noch Kerzen irgendwo. Wir haben es so nicht erfüllt. Ah, da auf dem Tisch. Ich gerade in dem Zimmer, wo wir waren können. Ja, du kannst das machen. Ich muss mal kurz raussehen. Es fallen noch Kerzen. Okay. Was haben wir denn? Ah, noch eine Kerze. Okay. Aber ich habe gerade nichts mehr zum Schutz dabei. Ich kann nicht mehr rein gehen. Sorry. Ja. Schau mal, was ich dann auch mitnehmen kann. Mhm. Wir haben irgendwie nichts mehr davon. Ivi, du hast eh nur das Zauberbruch, oder? Du fühlst dich ja eh safe. Ich glaube nur, dass mir das nichts hilft. Warum das Zauberbruch und die silberne Bombe sein? Ja, aber das Zauberbruch, wenn ich das auf dem Wasser, nur wie das einfach auf dem Boden hauen muss, oder wie es in der Hand heben muss. Gute Frage. Mhm. Uiuiui. Du wirst das gleich erfahren. Ja, meine Sendung, ich sehe auch gleich mal am Fühlen. Ich finde die Kürze nicht. Ich meine, ich kann schon racen, aber ich habe halt nichts mehr. Koffer oder was? Ja. Wow. Zauberbruch kostet glaube ich nichts. Das kostet 150. Du könntest auch nehmen lieber nochmal die silberne Bombe, die war günstiger mit 80. Ah, da ist mal ein Gerze Watt. Ja, jetzt habe ich es gekauft. Ah, das tut weh. Danke. Du bist mal kein richtiger Sparfuchs. Ja, Markus, willst du der Allerbeste sein? Wie keiner von dir war? Markus will nicht der Allerbeste sein. Ganz allein schnappst du sie dir. Du kennst die Gefahr. Schau mal nicht auf Bubsi, siehst genau, was deine Augen machen. Ich habe mir gedacht, du hast den blöden Ball in die Hand. Ja, ja, welchen Ball? Ah, da war er doch. Ah, da war er doch. Die Vivi hat den Ball schon. Vivi hast du den Ball schon? Ja. Wow. Er hat sich gerne gelacht, wenn ich ihn eingefangen habe. Und er hat ihn ausgelassen. Ja. Ich bin ein Dämonologe. Ich bin ein Dämonologe. Ich bin ein Dämonologe. Er war mindullen sie,ifully der Roll lou geistet,